hallo ist tipptap tube hallo und heute wollen wir uns mal ein paar silvester knaller raussuchen dafür haben wir hier ein prospekt sieht so aus und da gucken wir jetzt mal rein und suchen uns so ein paar knaller raus die wir kaufen wollen für silvester genau zum knallen also gucken wir mal rein und haben wir hier vorne haben wir schon die ersten diese batterien haben wir hier zum beispiel ist auch ganz cool was haben wir da oben 16 teiliges feuerwerksortiment inklusive zum beispiel vier superraketen um also wir wollen ungefähr so für 50 euro höchstens noch kaufen wir sind nicht wir markieren uns das erst mal dann haben sie einmal ein rahmen hier das versuchte ein rahmen macht einfach mal so genau was ist denn das 45 schuss batterie inklusive brillanter gold kometen hört sich gut an so dann können wir umblättern auf die nächste seite also es gibt wirklich sehr viel auswahl ok jetzt haben wir jetzt genau bringen sie den himmel zum funkeln hier haben wir ganz ganz viele verschiedene raketen arten für mich sehen die tatsächlich alle gleich aus bestimmt sind das einfach solche die unterschiedlich explodieren gold und silber vertehen genau das meinte ich ja also das ist halt unterschiedlich extra vier große knallfrüsche ach so das sind dann noch so kleinere teile ah ok hier haben wir raketen dabei größer und kleiner und dann noch ein paar schienabölle dabei extra das hört sich gut an wollen wir die nehmen die hier obwohl nee lassen wir wollen die linie mit den vier großen knallfrüssen das dann mit den knallfrüssen genau kannst du ja oben einfach mal ok wir haben hier vier große knallfrüssen ist ein 105-teiliges äh familiensortiment ok 9,99 Euro da können wir jetzt mal auf die nächste seite gucken so was gibt es hier so schönes oh jetzt sind wir von denen und von denen das auswählen also ähm hier gibt es hell on wheels 300 schuss batterie das ist ja mal ganz schön fiese 300 schuss oder ja warte das sind hier gar nichts 6 Euro nein das hier ist das hier das gehört dazu und das sind alles raketen äh das sind alles batterien wie ich gerade so sehe komm wir nehmen das hier guck mal wie das hier raus schießt das ist doch ganz cool das möchtest du hier nehmen das hier so raus schießt kalypso 30 schuss batterie kannst du einmal umkreisen packung kostet 5 Euro ok so was gibt es da noch so schönes wollen wir mal umblättern vielleicht gibt es da noch was anderes außer batterie oh was denn das kauft wieder das kauft das holen wir das holen wir dreifach fontänen batterie inklusive leuchtintensiver sterne in multikolor mit lautem knall knatter effekt in blink weiß brenndauer ca 55 sekunden das kannst du möchtest du das ja da kannst du das hier einfach umkreisen ich meine das ist das für 2,99 hä das hier ist doch das das ist richtig das der preis gehört dazu so dann kannst du wieder umblättern und einmal anzünden genügt böllern mit System hier haben wir ein paar ziemlich große batterien ne esch also die hier sind schon wirklich sehr sehr groß und auch den preis dann entsprechend hier ist 99 kolumbus oh er ist da oben etwas cooles hier haben wir ein warte hier haben wir ein dynamite bag 50-teiliges china knall sortiment sechsfach sortiert inklusive china knallern china böllern super böllern und besonders laut reibkopf böllern das ist doch mal klar dass wir das wollen das hört sich sehr gut an das kann ich dann mal ein bisschen ausprobieren ja oh guck mal die wohl guck mal das mal an was denn da guck die vulkaner an wie ist da möchtest du sowas haben ja da kannst du das einmal umkreisen finde ich auch ganz cool ich mag auch diese vulkan immer diese wir hatten ja auch letztes jahr kanonenschläge und hier auf der letzten seite von dem katalog pyro action 145 teils hier das hier ist doch für unsere party die wir haben das hier ist die party ach hier die knallbonbons die haben wir auch eigentlich jedes jahr genau einmal schön umkreisen und oh das wird cool was ist das jugendfeuerwerksortiment sechsfach sortiert inklusive zum beispiel bodenwirbeln knallteufeln und wunderkerzen war's für dich ja das ist so die kleinigkeit die wir am anfang knicken am anfang also das wird so größer 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 und um je spät das weiter so lauter und um punkt 12 uhr werden die raketen in die luft geschossen nicht genau um punkt aber ein bisschen danach und um ein uhr wird dann aus dem fenster geschlafen ich dachte ich dir vorher war 14 teiliges power ich glaube das reicht oder warte die hier die sollten wir noch haben was ist das denn alles bürosuperstars 297 teil tlg heißt heilig ne gut das hört sich immer gut an teiliges südfeuerwerksortiment zwölffach sortiert inklusive knallteufeln premium wunderkerzen und brummer bodenwirbeln möchtest du auch das hört sich doch mal gut an kann man gut vor zwölf benutzen ja ja dann wäre es das der katalog einmal haben wir alles durchgeblättert und dann mal gucken was wir davon alles kaufen ich denke mal alles was wir jetzt so markiert haben sogar ihr müsst ja auch ein bisschen was knallen können mhm so und die geben wir natürlich demnächst irgendwann mal einkaufen ok ich sehe hier gerade ab donnerstag 29.12. ja das ist ja bald ja dann können wir da schon mal ein bisschen vorsorgen ja und dann nehmen wir euch natürlich da mit in dem video wo wir uns die alle kaufen und dann würde ich sagen das war's von uns wenn euch das video gefallen hat gebt uns doch einen Daumen oben dann wir sehen dass es euch gefallen hat und abonniert unseren kanal damit ihr keinen freien mehr verpasst bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss